Ah, da ist sie schon Mama. Okay, Jonas, 50 Euro und du bist nicht so ihr. Deal. Wir haben uns getrennt. Wer? Dein Vater und ich. Ich lasse mich von euch nicht für Blöd verkaufen. Ich glaube, ich hätte mir wehgetan. Als erstes brauchst du eine Haushaltshilfe. Ich verstehe Reinlichkeit auch in einem christlichen Sinn. Glauben Sie an Gott? Ich. Geht es mir um das Mensch denn? Du kannst reden, Sohn. Nach der Wende saß ich vier Jahre wegen angeblicher Misshandlung von Pflegebedürftigen. Wann können Sie anfangen? Komm, lass uns essen. Es kann noch nicht wissen. Okay. Hah. Ja. 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 Ja.